So, da unten ist ne Kamerar! Kamerar! Das war ja auch noch. Soll ich auf jeden Fall beide vernichten! Die Kamera guckt nach unten! Sieht mich aber da oben! Muss ich das verstehen? Welche Freunde! Wo solltet du rauskommen? Vor allem wollen wir wissen, dass ich ein Dieb bin! Ich könnte ja auch keine Ahnung was sein! Oh ja, das erinnert mich wieder an was! Das erinnert mich wieder an was! Als ich das erste Mal in der Sonnacht gespielt habe, da habe ich mich irgendwie darüber beschwert, dass Corvo so leicht zu entdecken ist! Da meinte, Rapi, ja! Corvo ist ja auch nicht ein ausgebildeter Dieb so wie Garrett! Worauf ich da wieder meinte? Ach, das ist jetzt schon ein anerkennter Beruf! Ausbildung zum Dieb! Wieso? Ich lach doch! Ich glaube, der hat mich jetzt gerade gesehen! Aber hey! Das mit dem Dieb ist ja wunderbar üben, ne? Den Meistertitel musst du von dir wieder aberkennen! Ich bin ja Meistertitel! Ja, im Diebeshandwerk kann man sich auf Meister arbeiten! Garrett ist ja so ein Meisterdieb! Nicht bin ich ihn steuer! Ich bin immer noch hier oben! Ich könnte Gaspfeile benutzen! Flashbomb habe ich nicht mehr so viel! Flashmina! Aber wir müssen die drauf treten! Und hierfür müssten sie... Was ist das? Hatt, hast du mich jetzt gesehen? Fühlst du dich jetzt schön oder wie? Ich glaube, ich habe mich gerade in eine doofe Situation gebracht! Wie lösen wir das Ganze? Ja, schmeißen wir ein bisschen davon! Ich darf hier Leute töten! Was benutzen wir denn? Was benutzen wir denn? Was benutzen wir denn? Ich bin gerade hartlos! Wir können natürlich auch so lange abwarten, bis sie sich wieder beruhigt haben! Aber ich glaube, daraus wird nichts! Ja, wie gesagt, daraus wird nichts! Die haben mich wieder beruhigt! So viel da zu checken! Was? Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was? Heide! Komm! Äh, gib mir Blendgranate! Das wird mir wirklich zu doof! Ihr kommt her! Prügelt mich! Komm! 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 Aber hey, Chicken, du darfst das. Wir sind hier auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Du musst nicht so perfekt spielen und auch nicht mit der Ausrüstung so nicht verschwenderisch umgehen. Alles wird wieder gut. Nein, wird es nicht. Ich habe alles verlernt. Habe ich das eigentlich niemals gekonnt? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Was hat mir das alles eingebracht? Eine Blendgranate. Das ist ja schon mal super. Aber ich will es nur im Grunde... Eigentlich habe ich verschwendet und ich hätte jetzt an einem Berg gehabt. Dann habe ich eigentlich das halt weniger und... Ach, das ist so gemein. Ach, ihr wolltet hier noch so... ...Passwörter einrichten. Stimmt, das kam ja auch eigentlich nur ein einziges Mal vor. Eigentlich ein bisschen schade. Ich fand das eine tolle Mechanik. Das hat so richtig den Fortschritt gezeigt. Dafür bekommen wir dauerhaft Rob... ...Bot... ...Tja... Oh ja. Kannst du mich nicht da hochziehen? ...Guyrit! ...Guyrit! Oh Mann! Dann will er nicht abspringen! Ja, jetzt bräuchte man Corvo. Jetzt läuft da unten auch noch jemand, der mich hören wird. Seilpfeile? Seil kann man ja nicht daran schießen. Ich habe doch eigentlich in dem Level schon mal... ...Meinpfeile aufgesammerkt. Wieso sind die zu Seilpfeilen geworden? Das verstehe ich auch nicht. Und wo kamen jetzt die Schritte her? Was fällt dir ein, hier rumzulaufen? Da war ich auch noch nicht drin. Uh, checken wir jetzt die Geduld! Das ist alles doof. Doof, 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 doof! Das ist doch alles doof! Ja, die ganze Welt ist doof. Hm. Hey, vielleicht geht das... Oh! Ja, plötzlich wird es wieder zu Weinpfeil. Ich weine hier gleich. Was von da denn jetzt für FPS-Einbrüche? Keine Ahnung, ich bin auch so dran gekommen. Alles wird wieder gut. Nein, wird es nicht! Ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich auf einmal! Was habe ich jemals getan? Wofür ist das? Lichter aus. Ja, schön. Lichter ausknipsen würde ich euch auch gerne alle. Aber tötet gar keine Leute! Ah, hier ist mein Pfeil abgeblieben. Ja, von da oben komme ich her. Acht ist gekleert, sieben ist gekleert. Dann bleibt ja nur noch die neun, ne? Kevindor lasse ich da noch erstmal liegen. Ich fühle mich so wie... Da! Wie da! Ja! Fuß roll da! So fühle ich mich. Ja, fühlt nur, dass ich auch keinen Sky mehr spielen kann und mich erstmal wieder auch an Steuerung gewöhnen muss. Warum auch immer. Ja, so viele Spiele mit so unterschiedlicher Steuerung. Das ist doch gemein! Sechs, eins, drei, zwei... Kannst du dich mit den neun nach da oben gehen? Da ging's doch eigentlich hier zurück, wo ich in der vorherigen Aufnahmesession das mit dem, ne? Unsichtbarkeitstrank gemacht habe. Die ganzen Leute in der Knöppern! Ah, im Moment ist das schon so schön. Oh, das ist so schön! Ja! Oh! 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 Wo geht's jetzt zur 9? Das ist die 8. Das ist nicht die 9. Langsam fang ich mich auch an zu verlaufen. Aber anfangs war das doch recht angenehm, dass wo ich Rappi fast gesagt hätte, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich find mich doch hier super zurecht. Aber jetzt auf einmal gegen die Hände? Wo ich keine Ahnung mehr lange nicht mehr gespielt habe? Da übersehe so ziemlich jede Stelle und was weiß ich so Ja, sei er weil die toffe ist ihr. Ja, Karis, bla bla bla. Das läuft da oben rum, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.